Moin allerseits. Heute soll es zum Frühstück neben Spiegeleiern auch Corn & Beef geben und diese Familienpackung ist so fest, da kommt man mit einem modernen nicht rein, zumal man nicht hier um diese Kurve kommt. Mit dem P53 habe ich es jetzt versucht da rein zu kommen, das geht überhaupt nicht. Jetzt machen wir es mal mit dem Schweizer. Erstmal ein Loch machen mit der Ahle. Geil, das ist schon echt schwierig. So, muss ich noch den Dosenöffner finden und dann schauen wir mal. Oh, verfrangelt. Ich glaube es ist ja nicht. Man sieht die Tür, die ist ja echt. Man sieht die Tür, die ist ja echt. Ein echtes Problem. Muss ich schon kurz machen. Das geht nicht. Die Dose ist einfach zu fest. Das ist unfassbar. Ich will die Dosen aufkriegen. Da hilft echt nur noch ein Oldschool Dosenöffner. Lieber Gott, das ist echt nichts. Ich habe schon geschnitten. Philipp, kannst du auch Pause stellen? Die Dosenöffner her. Die Dosenöffner will dann zurück.